den raum der stille und des friedens in uns selbst finden das wollen wir gemeinsam machen du und ich im miteinander wollen wir eintauchen und werden dann in dieser gemeinsamkeit großes erwirken und es nach außen tragen können die gong ist dabei unsere methode die uns dabei hilft wir laden dich ein in unser gigant zu erleben wir öffnen die energietore wir klären den geist öffnen das herz und taugen in diese stille ein wir laden dich dazu ein mit uns dieses gemeinsame üben zu praktizieren bei dem event der auftaktveranstaltung des wtqt welt tag am mittwoch den 24.4 um 20 uhr sehen wir uns sei du mit dabei damit du auf dem laufenden bist abonniere am besten jetzt schon unseren youtube kanal der bvtq und dann bekommst du die aktuellen infos den link findest du in den kommentaren am besten du drückst die glocke dann sehen wir uns am mittwoch du kannst auch diese events sehen auf der bvtq vielfalt seite und noch mehr events als diesen einen erleben und dir aussuchen ich freue mich auf dich wenn wir uns an diesem tag sehen bis dahin eine gute zeit